Die Mädchen-Locker-Rumme? Sie haben bereits diesen Ort nach oben geschaut. Was versuchen Sie zu holen, Missy? Ich würde gerne, dass Sie das Verletzungs-Bereich noch einmal anschauen wollen. Willst du es wieder einmal checken? Be sicher, dass Sie das ganze Körper sehr vorsichtig haben. Geh deine Zeit. Ich glaube, er sollte das gerade nicht machen. Nein, 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 nein! Es ist wahrscheinlich das beste, wenn ich meine Hände nicht über eine Mädchen-Date-Bereich rieche. Es ist nicht, dass ich mich oder nichts überrascht bin. Es ist nur... basiert auf religiösen Gründen, du weißt? Okay. Okay. Sehr gut. Ich werde das machen. Aber du bist eine Mädchen. Du solltest nicht einen mittenen Körper bemerken. Lass einen von den Mädchen das machen. Boah, das ist ja sexistisch hier. Ja. Vor allem, warum sollte ein... Sollte nicht er sogar ein Mädchen das machen? Weil... Weiß ich nicht. Das ist doch creepy. Oder nicht? Vor allem, sie bezieht sich gerade auf den Schattpunkt, dass das Mädchen keine Toten anfassen sollten. Ja... Ja... Hm... Nein, es ist okay. Ich denke, Chihiro würde lieber eine Mädchen zu examen haben. Also, lass es mir einfach. Sakura? Was ist das? Etwas Kindes secretes Mädchen auf Mädchen-Aktion? Ist das, was ihr zwei? Also, sie steht nicht... Ihr geht's nicht nur um... Irgendwie steht sie, glaube ich, einfach auf alles. Ja, gefühlt. Also, solange es hobo-erotisch ist vor allem scheinbar. Das ist es überhaupt nicht. Stopp schreien! Okay. Hier geht's. Ich bin sorry, Chihiro. Bitte entschuldige die Intrusion. Putting her hands together in a brief prayer, Sakura then began to quietly examine her body. Be sure to check her entire body. And I believe we will solve this particular mystery. Her entire body? I know you say that, but... What? This is... What is this... Not possible. It's not possible. Sakura's eyes were staring... Staring widely at Chihiro's lifeless form. Her massive frame trembled. This... This girl is... Is she a young girl in Wahrheit? Ach du Scheiße! Is she a young girl in Wahrheit? Is what? Is a boy! Is a boy! Ach du Scheiße! Jetzt weißt du auch, warum sie im... äh... What a twist! Vor allem hat Sakura... hat Sakura jetzt ihren Penis angefasst. Actually a hee! Alter! Thank you for confirming this fact. Er sagt das jetzt, als ob er es wieder die ganze Zeit schon gedacht hätte. Was? You're joking, right? I wouldn't joke about this! Then... Is it really true? Chihiro was... ...a guy? But still, she still has the best wife. Und deshalb wollte Chihiro nicht tagsüber in die Locker-Rooms, weil das wäre dann ja aufgefallen. Ja, dann wäre das ja echt so in das Schema gefallen. Also wäre Chihiro echt ein Schema gefallen. Das war dann auch garantiert Chihiro's Secret. Das war's. Das erklärt auch Chihiros Verhalten gegenüber, warum, ne? Das hatte doch Hina gesagt. Warum sie nicht mit den anderen Mädchen trainieren wollte. Ja, auch warum Hina meinte ja, sie ist ja bei den anderen Mädchen so schüchtern gewesen. Weil sie einfach kein Mädchen ist. Das müssen wir ja immer er sagen, oder? Hat Chihiro sich denn jetzt als Frau identifiziert? War das irgendwie... Scheinbar ja, ne? Also... The thought had never even crossed my mind. And because the victim was male, he would have had no problem gaining access to the boys locker room. Assuming his handbook did in fact list his gender as male, then yes, that would be true. Okay, sie sagen jetzt alle... Er. Er, also... Können wir das denke ich mal auch tun, oder? Ohne dass wir böse Kommentare bekommen, dass wir total diskriminiert sind. Through and through! So then, there should be no issue with Makoto's initial assertion. The victim was killed in the boys locker room, and was then later moved to the girls locker room. And the killer could have easily used Sayaka or Junko's handbook to get into the girls locker room. So Chihiro really was killed in the boys locker room? I still don't understand the motive for moving the body, but... Yes, that does seem plausible. Well, I must admit, I did find it rather odd. I knew he felt a little... off. There was a certain incongruity to his female body. This is the most titillating situation! So now everything has been connected. All the mysteries have finally become clear. Okay, well, connected or clear or whatever. We still think you're the killer, remember? Very interesting. This has become very interesting indeed. Ah... He's off in his own little world. What about you, Makoto? After everything we've learned, do you still think, Byakuya's the killer? Hmm. Hmm. Aber was ändert das denn jetzt? Byakuya wusste das ja gar nicht. Was, dass das getauscht wurde. Alles. Andererseits würde sich Byakuya... Wundern wahrscheinlich. Also wenn er jetzt der Mörder gewesen wäre. Würde er sich ja schon wundern. Also... Er hätte ja erstmal einen Grund haben müssen, überhaupt dahin zu gehen. In den Boys' Locker Room. Ah. Es könnte jetzt auch Celestia gewesen sein, wenn ich so drüber nachdenke. Wo wir gerade etabliert haben, dass es im Boys' Locker Room passiert ist, Glaubst du jetzt, es war ein Girl? Ja, ich denk mir so... Und dann transportiert sie die Leiche von dem Boys' Locker Room in den Girls' Locker Room. Damit dann Leute denken, es war ein Girl, das den ermordet hat. Eigentlich hat das jetzt... Das ergibt gerade so wenig Sinn, dass du sagst, es war Celestia. Ja, genau. Genau. Und das ist halt total dumm. Wenn Byakuya das extra so gemacht hat, dann ist er einfach noch kranker. Weil er einfach den Tatort verfälscht hat, um halt den Verdacht auf jemanden zu lenken, der auch nicht der Mörder ist. Obwohl er ja selbst nicht mal der Mörder ist. Das heißt, er begibt sich selbst damit ja genauso in Gefahr. Also muss er jetzt eigentlich gewähren sein. Er macht es ja nur für den Nervenkitzel. Das ist noch viel kranker, als selbst der Mörder zu sein eigentlich. Ich glaube, er ist nicht der Mörder zu sein. Was? Aber bist du derjenige, der ihn in der ersten Zeit hat? Er ist einfach zu... ...easygoing über all das. Er ist einfach, dass er uns zu lösen. Die Art der Mörder ist, macht es so, dass es nichts zu tun hat. Und du denkst, dass das vielleicht auch, dass es nichts zu tun hat? Plus, die evidence he left behind war ein bisschen zu... How can I put it? Overt. He consciously chose to use the extension cord. Knowing it could connect him to the murder. Ja, er wollte uns auf eine falsche Fährte locken. Er ist eigentlich zu clever für solche Fehler. Ja, er wollte uns dauerhaft auf eine falsche Fährte locken. Um das alles spannender zu machen. Er will ja den Nervenkitzel drin haben. Aber damit riskiert er doch, dass alle sterben, weil der falsche... Ja, natürlich, er will ja den Nervenkitzel. Ihm macht das ja alles Spaß. Oh, Yakuya. When you found out the murder took place in the boys locker room, it seemed to rattle you. And then again, when you found out Chihiro was actually a guy, if you really were the killer, that stuff wouldn't have had any effect on you. So that's your thinking, huh? Well, it bothers me that you don't have more concrete reasons, but it's fine. I guess I'll mark it as correct for the time being. Mark it as correct? He's right. I am not the culprit. I just happened to come across the corpse in the girls locker room and decided to alter it. Are you fucking with us right now? Warum macht er das? Ja, aber das heißt, zu dem Zeitpunkt, als er die Leiche gefunden hat, war sie schon im Girls locker room. Aber wie ist er denn da reingekommen? Die Tür stand doch offen. Ja gut. Nachdem die Leiche schon passiert ist, stand die Tür schon offen. Das schneide ich aber raus. Das hört man nicht. Wenn niemand weiß, warum wir gelacht haben. Ich hab gefurzt. Das hat nichts mit dem Fall zu tun, aber es ist passiert. Wir werden wirklich weitergehen? Wir sind alle gut, nicht wahr? Ich dachte, es war klar. Biapia hat das gemacht. Nein, ich bin mit Makoto. Wenn es keine Angst gibt, müssen wir alle Möglichkeiten exploren. Denn wenn wir falsch sind, werden wir hier alle sterben. Das ist wahr. Sehr gut, dann. Ich bin mit euch auch. Aber wer soll es dann gewesen sein? Hm. Das ist ja im Girls locker room passiert. Nein, eben nicht. Aber er hat eine... Es ist im Boys locker room passiert und dann wurden die Sachen alle rüber ins Girls locker room gebracht. Immer noch. Und dann hat Biakuya das... Und dann hat Biakuya das erst so arrangiert. Weil er die Leiche schon im Girls locker room gefunden hat. Oh Gott. Was machen die alle 2 Uhr nachts? Haben die nichts besseres zu tun? Was machst du um 2 Uhr nachts? Jedenfalls nicht irgendwelche... Mord... äh... Szenen... Verändern, damit man auf irgendeine falsche Fährte kommt. Natürlich mache ich das. Was bin ich? Ein Ant oder was? Ja. Insofern. Let's discuss this all as a group one more time. We still have time to make our decision. That's very true. Our lives are all on the line. Excellent. Then shall we resume our game of hide and seek? But if Biakuya didn't do it... Then who's the real killer? Who murdered Chihiro? Ihr seid wieder ganz am Anfang. Ja vor allem, es kann ja niemand mit Leons Handbook gemacht haben. Außer das Handbook ist danach kaputt gegangen. Es kann nur ein anderer... Das einzige was du weißt ist, es kann nur ein anderer Boy gewesen sein. Ja mich verwirrt das immer noch mit Leons Handbook, dass das kaputt ist. Aber... Uns wird gesagt, es ist nicht kaputt. Vor allem... Ist das überhaupt Leons Handbook, wenn du nicht gucken kannst, wer das... Wem das gehört, wenn du es... Gute Frage. Ne? Vielleicht ist es doch... Aber es hieß auch gleichzeitig... Das hat mit diesem Fall nichts zu tun. Ja, es ist... Komisch. Alles. There's one thing we can be sure that we know about the killer. Das ist ein Boy war. The killer was able to gain access to the real murder scene, which means... The killer is Genocide Jack. Genau. A gun! Damit wären wir wirklich wieder am Anfang. Since the crime scene was the boys locker room, you would need to... Need a boys Handbook to get in. Since Leons Handbook is apparently broken, the killer would have had to use their own. In other words, it had to have been a guy. But that's still not enough. I need to find some more clues. Jetzt bin ich gespannt. Celestes Account. Das hat die die nochmal gesagt. Das... Isn't there a single clue that might lead us to who did it? Well... Clues are one thing. Dass sie gesehen hat, ne? Dass sie eben gesehen hat, ne? Dass sie eben gesehen hat, ne? Ja. Sure, if someone saw the killer, they would have said something by now. Perhaps someone saw the victim at some point. Even that might be enough for now. Wenn jemand nein sagt, dann draufschießen. Ja! All we need right now is any kind of new info. It's over. It's over. It's over. It's over. It's over. You wanna know who saw the victim? The killer. Nein. And only the killer. And it's... No, it's wrong. I believe someone else did see the victim before he was murdered. What do you think, Celeste? Now that you mention it, yes, I did see him. Huh? Really? Das erklärt auch diese Ich-muss-stärker-werden-Mentalität. Ein wenig, vielleicht. Weil... Weil es sich nicht männlich gefühlt hat. Hm. Hm. Oh! But I suppose only Makoto knows about this. Makoto? The rest of you had no idea. Did you? That is why you're all making such ugly noises. Was ist das? Just hurry up and tell us! It was last night. Right before night time. I saw Chihiro. In the dormitory warehouse. Ich hätt' ihr vielleicht ne andere Stimme geben sollen. Kann das sein? Ja, ne französischere. Ja. Ich wusste das halt erst gar nicht so. Ich sah ihn, ein Trackjacket in eine Duffelbag. Und dann, ich glaube, er geht um zu exercise. Ein Trackjacket in eine Duffelbag? Ja. Aber wir haben nichts wie das. In der Murder Scene. Es scheint, dass der Culvert sie verletzt, um sie zu entfernen. Und das ist, wenn er etwas gesagt hat, was mich ziemlich wunderschön. Mhm. Chihiro hat mir gesagt, er war in a hurry. Aber warum wäre er in a hurry? Nur, wenn jemand für ihn erwartet hätte, ich würde sagen. Also, Herr Fujisaki war auf seinem Weg, um jemanden zu treffen, und dann werden wir zusammen arbeiten? Aber Hina und ich haben ihn mit uns viel Zeit mit uns geholfen. Und er hat immer geholfen. Ja, weil er nicht wollte, dass er rausfindet, dass er ein Boy ist. Und jetzt hast du trotzdem seinen Penis angefasst. Ja, Azul. Ja, Azul. Echt jetzt? Huh? Du kennst, wer der Killer ist. S-Seriously? H-Who ist es? Wer ist der Killer? Denk zurück zu dem Träckjacket und Duffel bag der Killer dispossierte. Fokus auf die Details von diesen Items. Und es sollte sein, dass er sich bewusst ist, wer für ihn ist. Mhm. Um... Um... Das ist ein Trashroom losgeworfen. Aber wer hat denn Trashroom-Duty? Vielleicht. Das ist ein Trashroom-Duty. Aber wir können bestimmte Anfragen machen, wenn wir es nur Zeit nehmen, um es zu sprechen. Es ist leicht für dich zu sagen. Aber gut. Celeste, hast du etwas Besonderes über die Bagge oder Jacket gesehen? Warum drückst du nicht weiter? Hat die da nicht so eine Jacke an? Ja, aber die ist nicht blau. Ja. Der Bagge war... ...ein normaler Duffel-Bag aus dem Warehouse. Alle Bagge da sind die gleiche, also... ich kann es nicht vorstellen, was dieser speziell würde. Musst du so laut schlucken? Wenn ich richtig erinnere, es gab eine gute Variante von Trashroom-Dutypen. Um... Do you think there might be some connection between the culprit and Jihiro's jacket? Das hast du eben auch schon mal. Das ist richtig laut. Ich kann dich aufhören zu schlucken, wenn man über das Schlucken redet. Das ist wie so ein Reflex einfach. Das klingt so falsch. Das Jihiro's Jacket wirklich hold some clue about the killer? Somehow... It's really hard to believe. Was kommt jetzt? Mhm. Ich glaub irgendwie nicht, dass das die notwendige Bullets sind. First of all, we know where Chihiro was headed. He was on his way to go exercise. Mhm. So next we have to ask... Why did he choose the specific tracksuit that he did? What do you mean the specific tracksuit? I got it! We picked that tracksuit because it matched the one the culprit was wearing. So what you're saying is... The killer was wearing the same blue tracksuit as him. My tracksuit is black. Mhm. I don't even have a tracksuit. But you don't know what the people are saying. Yeah, what's... Did any of that really help us get any closer? Irgendwie nicht. Who the culprit is? No way. Not a chance. Hä? You heard him right? What he just said without even realizing it? Oh, ja. Ja. Mhm. Hifumi said he doesn't have a suit. Go, please. Okay. She's right. What he said just now is really odd. How did he know something like that? Yeah. First of all, do you know what you hear in him? He was on his way to go exercise. Oh. So next we have to ask... Why did he choose the specific tracksuit that he did? What do you mean the specific tracksuit? I got it! He picked that tracksuit because... It matched the one the culprit was wearing. Huh. So... What you're saying is... The killer was wearing the same blue tracksuit as him. Du hast... Du kannst doch nicht das mit demselben beschießen. Du hast doch das aufgesaugt. Ich hab das falsche Bullet noch gehabt. Scheiße. Du musst ja... Ich glaub du musst mit der... Serum... Wings... Mit dem Account. So. Es hat niemand gesagt, dass es blau ist. Ja. Fuck Mondo? Track jacket, Mondo. What did you just say? Huh? What'd I say? When Celeste testified a few minutes ago, she said... Track jacket, yeah. Ah. She never said anything about the jacket's color. So why did you say Chihiro's blue tracksuit? What are you... You just... Hey, Celeste. What color was Chihiro's tracksuit? Oh ha? I'm sure he saw the clothes at some point in the investigation. Nein, das kann nicht so sein. Die Klappe und Klappen wurden sicherlich geschlossen, nachdem wir unsere Anrufe begonnen haben. Der einzige Grund, warum er wusste, welche Farbe es war, ist, wenn er Cherry mit ihm sah, bevor er stirbt! Das ist die einzige Möglichkeit! Hast du sie gerade einfach abgewürgt? Oh, geschieht ihr Recht! Jetzt nicht mehr aufhören zu schlucken gerade, es ist so schlimm! Du bist ein Meister im Schlucken! Jedes Mal, wenn wir hier sind, wirst du nur am Schlucken! Du hörst gar nicht mehr auf zu schlucken! Es wird erscheint, dass du dein eigenes Klapp hast. Vielleicht. Aber du hast ihm den Schlucken, nicht wahr? Fokuss auf dem Tracksuit und es wird sicherlich sein, wer er mitgekriegt hat? Ah, jetzt verstehe ich. Du hast es wieder abgeführt, aber sehen habe ich gerade getrückt. Das kommt davon, wenn du so viel schluckst. Ein Schluck aus der Kulprin. Das ist, warum du sagst, du wusstest, wer es gemacht hat. Um sie auf der Seite zu setzen. Das ist richtig! Mando war mein Target all along. Kannst du mal aufhören, immer zu drücken? Du musst nicht jedes Mal, wenn du schluckst, drücken. Nein, habe ich auch nicht vor. Was hat dich so schluckst? Das ist eine gute Frage. Was? Was war jetzt die Frage? The way he was acting? Ja. Ja, hat er nicht auf einmal voll... gesagt, sie war nicht einfach nur ein Objekt oder sowas? Ja. Und hatte er nicht was zu... über Frauen ursprünglich was gesagt? Ja. Also, ist es the way he was acting eher, ne? Würde ich schon sagen, ja. Ne, also doch talked. Ich weiß nicht, weshalb dieser Episode ist, die du so verhunzt. Du bist die ganze Zeit am schlucken. Ich habe einmal gefurzt. Wir haben unsere Körperfunktion nicht mehr im Griff. Wir haben unsere Körper nicht im Griff. Genau. Stimmt. Das war mir doch auch komisch schon aufgefallen. Ich habe das aber nicht mehr im Kopf gehabt einfach. Once I picked up on that, it occurred to me that Mondo knew something we didn't. Did you notice such a tiny detail? Are you a witch? She's a witch? You're positively frightful. No. I'm not the frightful one. Not nearly as frightful as someone capable of murdering a friend. Mondo? Was it really you? Did you really... kill Chihiro? I... I... I didn't kill anyone! You've been all over me, judging everything I say, putting words in my mouth. What gives you the right to treat me like a goddamn criminal? Yeah! He would never do something like that! This is a false accusation! It's true. My reasoning on that is pretty shaky. That was fast. Well, this does present us with a problem. It seems, we are all out of leads. My time has nearly come. Yeah. Macht er jetzt hier den Chef-Detective-Move? Er ist der... Er ist wieder der... Er wird jetzt gleich plötzlich merken, dass Chihiro tot ist. Irgendwas total Obvies sagen, ne? That's what my little ghost friend is telling me. Oh yeah, that reminds me. Kifumi, weren't you telling me, you've found some evidence? Ja, aber er wollte es uns nicht sagen. What kind of evidence? Er hat gar keine Evidence. Er hat das nur gesagt, um sich wichtig zu machen. Actually, you know, now that I'm thinking about it here calmly, it might not be all that relevant. Jeez, does your confidence just get up and walk away? It's like I am very close to us. It's like I am very close to us. It's like I am very close to us. If you really insist, then... Um... Here it is. Hm? What do you have there? It happens to be an E-Handbook. I found it laying on the ground, so I scooped it up. You found it on the ground, right? Then it must belong to... Wir haben Chihiros noch nicht gesehen, ne? Mhm. Vielleicht ist auch das leer und so ein Chihiros war das kaputte. A gun! We know Chihiros Handbook was missing from the scene of the crime. Ja, da war ja was. For a fact. For a fact indeed. Wo hat er das denn gefunden? I was totally sure I found it. But it must hold some clue about the culprit, right? Well, that's what I was hoping. But it's busted. It won't even turn on. I imagine the culprit broke it, to get rid of any evidence after the murder. That's odd. I didn't think the handbooks were quite so fragile. You're right. They're not. They're totally waterproof and shock resistant. It would take an awful lot to break one. Aber er hat ja gesagt, man kann das Buch, äh, das Notebook in diesen Zustand bringen. Mhm. And yet, this one does appear to be broken. As is Leon's, sitting useless in the main hall. For all your confidence, that is a remarkably high failure rate. Hu 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 hu. Do you think there might be some kind of mystery in there somewhere? How, precisely, did the handbooks get broken? How did the handbook break? There's only one person hacking it by exploiting a bug by hitting its weak point. Yeah, so hat er's doch benannt. Genau, er hat gesagt, es gibt einen weak point. A gun! You already told us before that the handbook has one weak point, didn't you? And that's andre meinte, yeah, hacken geht nicht damit. You remember that? Sure, maybe I let that slip. But I never told anyone what the weak point actually was. But if the handbook is supposed to never break, and two of them broke in quick succession, then we can only assume that someone's figured out its weakness. You know what the weakness is, right, Monokuma? So, what is it? Huh? You're asking me? I think it's a necessary piece of information if you want this to be a fair trial. But if I tell you, and someone else decides to copy it, that would be very not good. Yeah, but it seems like someone else found. Hmm. Just tell us already! Why would we want to break our own handbooks? Huh, oh well. I have a weakness for pushy demands. But you're sure you won't follow their example? Soll pushy demands jetzt ein Wortspiel sein? Irgendwie? Nee, ne? Nein, ich glaube nicht. Then allow me to make a special announcement. The weak point of my cutting-edge E-Handbook is... Jetzt kommt irgendwas lächerliches. When it's exposed to high temperatures for too long, it will suffer a meltdown and totally break. The Inner Sauna? Wer hatte denn seine Klamotten komplett noch an, als die Inner Sauna dieses Schwitz-Duell gemacht haben? Das ist gar nicht Chihiros Handbook, sondern das von Mondo. Ja. Wusste er denn sowas von gar nicht? You knew it? Yeah, because I found the Handbook laying on the floor of the sauna. The temperature in the sauna can reach over 200 degrees. Strange how you don't get burnt, huh? It's because as your sweat evaporates, it creates a cooling layer of air around your skin. Cool, jetzt lernen wir noch was überschwitzen. Mhm. Anyway, if you found the victim's Handbook in the sauna, then the killer must have been purposefully trying to raise its temperature in order to break it. Meaning the culprit somehow knew its weakness. But how'd they find out? Monaco must have said he didn't turn anymore, right? Hm. Indeed. Quite the mystery. Dass dieses Schwitz-Battle jetzt nochmal wichtig wird für die Auflösung des Falles. Ja, wer hat dieses Schwitz-Battle denn überhaupt vorgeschlagen gehabt? War das auch Mondo gewesen? Nee, weil das war Taka. Die haben das doch nur dadurch überhaupt raus... Er hat das doch nur dadurch jetzt überhaupt rausgefunden. Weil Mondo der einzige war, der wirklich seine Klamotten auch angelassen hat dabei. Hm. Taka hatte ja nur ein Handtuch. What if they found out by accident? What do you mean by accident? What if the killer took their own Handbook into the sauna, not knowing its weakness, and it broke? Und um das zu überprüfen, hat er dann nochmal Leons genommen und das nochmal ausprobiert. Das würde Sinn machen, ja. Weil ich wüsste nicht, wie das sonst mit Leons Handbook passiert ist. Ja, weil Leon kann ja noch nicht in der Sauna gewesen sein. Hm. Sie wussten natürlich, dass es gebrochen war. Und es wäre nicht schwer, warum. Außer beim Punishment ist aus irgendeinem Grund durch diese vielen Treffer der Baseballs einfach so eine Hitze entstanden. Aber ich glaube nicht, dass das ist, wie Physik funktioniert. Und als sie Chihiros Handbook hatten, wussten sie, dass sie einen einfachen Weg hatten, um es zu entspannen. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber... Wer hätte so etwas gemacht haben? Mondo immer noch. I don't know of anyone, who took their Handbook into the sauna. Doch. Mondo. I might know someone who did. Wow! Seriously? I think the one who may have taken their Handbook into the sauna was... Jetzt musst du Mondo aussuchen. Ja, ich lese das jetzt nicht vor. Derjenige, der mit all seinen Klamotten drin war. Na, da ist er doch. Der mit dem Kackmeiß auf dem Kopf. Also wenn er jetzt hingerichtet wird, wenn er das wirklich war, dann haben wir keinen Kackmeiß mehr. Ne, keine Frisur mehr, über die wir uns lustig machen. Außer Hifumis. Und die von dem Kiffer. Weil er ist wahr. Mondo und Taka hatten einen Endurance-Kontest in der Sauna nicht zu lange vor. Remember? Und für den Kontest, Mondo so hat er sich in der Schule gehalten. Aber little hat er erinnern, dass er auch seine Handbook in einer seiner Uniform-Pockets hat. Und wenn es all over ist, Mondo herausgekommen, dass du dein Handbook in der Sauna in der Sauna könnte es leicht verletzt. Hat Monokuma nicht immer davon gelabert, dass es total schwer sein soll, dieses Handbook zu zerstören und das einfach nur in die Sauna packen? Das ist doch so easy. Warte mal. Wo ist der Ton hin? Ich weiß nichts mehr. Ist vielleicht an Lautstärkeregler gekommen, weil ich hab noch Ton. Ist mir hier nämlich eben auch schon passiert. Jetzt geht es wieder da. Ja, dann... Oder wackelt Kontakt oder was weiß ich. Wahrscheinlich hier mit dem... Hauptsache es nimmt noch auf. Ich akzeptiere das nicht! Show mir die Probe! Die aktuelle, solide Probe! Ich meine, ich will es nicht auch glauben, aber... Aber ich habe etwas gefunden, das es über eine Schmerz von einem Schmerz gefunden hat. Oh. Ich schaue das nicht. Ich schaue das Schmerz von der Chance. Ich schaue das Schmerz von einer Schmerz von der Chance. Dann zeigt das, dass was Makoto gesagt hat, richtig ist. Mein Handbuch funktioniert einfach gut! Siehst du? Schau! Makoto ist falsch, nachher! Yondo würde sie nicht hören, fliegen! Du musst es wechseln! Ja, wie wechsle ich die denn? Mit der Schultertaste? Oh, doch! L1! Na, da hätte ich wahrscheinlich jetzt feiern müssen. Siehst du? Schau! Makoto ist falsch! Mondo würde sie nicht fliegen! Du meinst, dass Leons gar nicht kaputt ist? Und dass Mondos war, was da drin war, oben bei den anderen? Let's test Makotos Assertion. Das wird's ja wohl nicht sagen. Ja. Und Mondo, du brachst dein eigenes Handbuch. Ja. Ich würd das machen und dann los... Wenn Mondo's Handbuch ist eigentlich gebrochen, dann wird das präumt, dass was Makoto gesagt hat, ist richtig. Well, mein verdammte Handbuch funktioniert einfach gut! Boah! Geht die Scheiße da drüber! Makoto ist... Mondo wouldn't hurt a fly! Mondo wouldn't hurt a fly. Wie war das noch mit Mondo und Monokuma, als er versucht hat, Monokuma zu killen? Ja. So, jetzt müssen wir wieder die Scheiße... Oh! Zu spät! Spul vor bis zum Ende. Ja, es ist so nervig. Ist das nervig, nur weil du's nicht hinkriegst? Mal testen, was er sagte, du hast deine eigene Hand... In other words... ...if Mondo, dann das prove... Well, mein goddamn Handbuch funktioniert einfach gut! Geht doch! Oh, nein! Was ist falsch? War wohl richtig dann scheinbar. Mondo, das Handbuch, das du jetzt hast, ist es wirklich dein? Das ist Leons. Was soll das sein? Das geschlossene Handbuch, das in der Hauptstelle... Ist das eigentlich dein? Was zur Hölle bist du da? Was ich meine, ist... Ich denke, Mondo hat sein Handbuch für eine, die tatsächlich funktioniert. Ich denke, er nimmt Leons Handbuch und verwendet ihn mit seinem eigenen. Nachdem auch, Monokuma selbst sagte, dass Leons Handbuch nie sollte erneut werden. Das ist richtig! Die Schulden, die es nicht nur genug ist, um ihn zu verletzieren. Also, dann... Der Handbuch in der Hauptstelle ist eigentlich Mondo's. Das bedeutet, dass der Handbuch, die Mondo hat jetzt, ist eigentlich Leons. Ja? Nein, immer noch nicht. Tja, oder das... Sie können auch niemandem was leihen. Ja. Ja, er liebt ja diese Grey Areas. Wegen sowas bestimmt. Mhm. Ach, dann kommt jetzt das Rhythmusspiel, oder? Ach, jetzt musst du den... die Zusammenfassung machen. Uhhh. WELLS. 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 Untertitelung des ZDF, 2020